Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich finde es wahnsinnig bezeichnend, dass Sie bei dem Kindergartentheater über Ihre Sitzplätze volle Plätze haben und die wirtschaftsfreundlichen Parteien von FDP und CDU, wenn dieser Tagesordnung vorbei ist, fluchtartig den Saal verlassen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Ihre Wähler das sehen, wie wichtig ihnen ihr Sitzplatz ist und wie unwichtig die Belange des Handels draußen in unserem Land. Liebe Kollegen, ich bin seit 30 Jahren selbst im Textil-Einzelhandel. Ich weiß, was da draußen gerade abgeht. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich wurde zweimal in den Lockdown geschickt mit zwei Tagen Vorlauf. Da ist plötzlich alles, was Sie bis dahin geplant haben, vorbei. Sie können mit Ihren Mitarbeitern nicht mehr arbeiten. Sie müssen die in Kurzarbeit stecken mit 60 Prozent. Und das ist der Bereich, der mit dem Mindestlohn bezahlt wird. Wie sich das anfühlt für jemanden, der seine Leute ordentlich bezahlen möchte, kann ich Ihnen überhaupt nicht beschreiben. Wenn Sie ohne eigenes Verschulden Ihre Geschäfte schließen müssen, dann fühlt sich das extrem hilflos an. Im Moment haben wir eine Situation, das Dezember ist. Und das ist eigentlich der wichtigste Monat für uns in dieser Branche. Und nein, es geht nicht darum, große Gewinne zu machen, sondern die Verluste diesen Jahres irgendwie ausgleichen zu können, Reserven anzulegen und für das nächste Jahr und das, was da vielleicht noch kommen wird, gewappnet zu sein. Das alles können wir gerade vergessen. Unsere Mitarbeiter sollen Ausweise kontrollieren, Impfzertifikate. Und wir wissen nicht mehr, ob sie dazu befucht sind, ob sie das dürfen. Und was passiert, wenn sie da einen Fehler machen? Wer zahlt die Strafen? Unsere Mitarbeiter müssen Kunden, die sie seit Jahrzehnten kennen, an der Tür abfangen. Und wenn sie das dritte G für gesund nicht erfüllen, wieder rausschicken. Das ist die Basis dieser Geschäfte. Das ist das Fundament. Und diese Leute müssen wir wieder zur Tür weisen. Das ist unerträglich. Und das hat mit dem, was draußen die Wirtschaft machen muss, nichts zu tun. Die Presse titelt apokalyptische Situationen bei den Händlern, Umsatzverluste bis 80 Prozent. Aber das Geld ist nicht weg. Das haben nur andere. Die großen Online-Anbieter feiern gerade ihr zweites Umsatzweihnachtsfest. Die großen Supermärkte haben gerade ihr Assortiment umgestellt. Und alles das, was der kleine Einzelhändler nicht mehr verkaufen kann, gibt es dort wützig zu kaufen. Und dann ist es überhaupt kein Problem, wenn dort 100 Leute an den Sonderangeboten stehen und bei dem kleinen Händler bei 100 Quadratmetern der eine, der das letzte G nicht erfüllt, sich nicht aufhalten darf. Sie können in ein Tabakwarengeschäft gehen, ohne die 3G-Regelung zu erfüllen. Sie können aber nicht Nachbarn ein Spielzeuggeschenk für ihre Tochter kaufen. Das ist nicht möglich. Und das ist furchtbar traurig. Und das ist aber Realität in unserem Land. Wenn ich das alles Revue passieren lasse, dieser Druck, der auf die Ungeimpften gerade ausgeführt wird, dann habe ich den Eindruck, es geht gar nicht um Gesundheit. Es geht darum, die Ungeimpften zur Spritze zu nötigen. Und das auf dem Rücken der Einzelhändler, der Gastronomen und der anderen Dienstleistungsbetriebe. Das ist eine Realität, die draußen stattfindet und die wir nicht akzeptieren können. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, vor ein paar Tagen konnte ich noch lesen, Sie sind auch der Kanzler der Ungeimpften. Ich würde Sie gerne beim Wort nehmen. Machen Sie Schluss mit der Diskriminierung der Ungeimpften. Machen Sie Schluss auf dem Rücken des Einzelhandels, der Gastronomie, diese Leute auszuschließen. Denn diese Bereiche haben sich anderthalb Jahre vorbildlich, solidarisch und vernünftig verhalten. Geben Sie bitte meinen Kollegen umgehend ihre unternehmerischen Freiheiten zurück und beenden damit die irreparablen Zerstörung einer Säule der deutschen Wirtschaft. Und wenn Ihnen das nicht reichen sollte, dann tun Sie es bitte für die Millionen fleißigen Mitarbeiter, die Angst haben um ihren Job und ihre Existenz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.